hallo und willkommen zurück hier zu red dead redemption 2 mit arthur morgan hier am clements point ja nachdem wir die tabakfelder der familie greyer abgefackelt haben die karen ist auch schon wieder auf hier im morning dress ja sind wir hier zurück ins lager und ich habe es dann doch nicht gepennt weil es doch schon sehr schnell wieder hell geworden ist und aus diesem grund habe ich mir gedacht ja warum jetzt denn den tag verschwenden warum nicht gleich weitermachen und der gute mike ja tatsächlich mission für uns aber irgendwie ich mag den typ ja nicht er ist so ein echter unsympath auf der anderen seite wenn er für uns was hat dann ist es außergewöhnlich dann muss man da mal naja einfach mal nachfragen er möchte mit uns sprechen selig sind die friedens bringer das würde ich jetzt mit micah nicht unbedingt in zusammenhang bringen wollen aber naja okay blessed are the peacemakers for they shall be called hey molly where's dutch well however it goes i'm not sure all that line of thought serves you and me very well that's because cowpoke you are a man of profoundly limited intelligence no doubt well you and the old man and dutch have been running around digging us ever deeper into shit old mr pearson might have gone and lighten the load a little pearson ain't you curious i guess gentlemen dutch you tell him fat man it's peace dutch the edriskels i mean i think there's a way what on earth are you talking about get the words out properly fat man i met a couple of the edriskel boys on the road in the town and things are about to get ugly but you know how i am in a fight huh like a corner tiger anyway somehow it didn't but we got to talking and they suggested a parlay to end things like gentlemen gentlemen comb o driscoll have you lost your minds always telling us dutch do what has to be done but don't fight wars ain't worth fighting they want a parlay it's a trap well of course it's probably a trap but what do we got to lose finding out get shot we ain't getting shot because you'll be protecting us it's a trap you shoot the lot of them if it ain't a trap that's slim chance i don't see the point in any of this it's a chance gotta take i killed comb's brother long time ago then he killed a woman i love dear as you say it's a long time ago gotcha let's go you and me with arthur protect us no one else what about me this ain't the time for tigers my friend reden mit den old riskils na das klingt ja abenteuerlich ist ganz was neues naja das ist ja ne ne ewig lange blutsfede zwischen den beiden ne colmo driscoll oder colomo driscoll wie der sean ja immer gesagt hat der wäre jetzt kierensmärung interessant i've been fighting comb for so long now i can barely remember a time when it was different and you're still fighting him now make no mistake you that here he goes doubting thomas is there any plan you ain't sour on well maybe you're right just nervous let's not waste any more lives needlessly i ain't costing lives here i'm saving them what did you say we had pinkertons coming after us because of blackwater and leviticus cornwall and his private army then who knows when this local hillbilly thing will come to a head hmm and we really afford to be fighting on all these fronts and odriscoll there is wisdom in that i hope so gentlemen but like i said i'm nervous look you ain't even going to be the one in danger we'll get on over there find a nice perch for you to settle into you got that rifle don't you yeah yeah then me and dutch walk right in to the lions dead with you to cover us okay just keep calm as i give you a reason not to oh we'll be fine we got you i will do my best oh my dear and trusted friend with you watching over me i would walk in the hell itself schön wie dir alle vertrauen in uns haben ganz toll hey up there man on the ridge old driscoll's from the look of them i don't like having eyes on us we're close you'll be the eyes soon enough maybe he's right dutch maybe i have pushed too hard got us into situations that could have been safer i just i see all those mouths we gotta feed and i i dream too big caring too much that's my problem caring too much there's no such thing this is horse shit from both of you it might be micah might be full of shit colmo driscoll might be full of shit the promise of this great nation men created equal liberty and justice for all that might be nonsense too but it's worth trying for it is worth believing in can't you see that friend i don't know try all i ask is you try mhm wir sind wieder in den heartlands wie es aussieht all right cowpoke you're gonna peel off up ahead we'll be meeting down on the plane find a spot just above us where you can keep an eye on things all right all right however this shakes out it's same to me back at the fork in the road afterwards we'll be there partner na dann mal kurz auf die map gucken ja genau da ist valentine hier ist horseshoe overlook ne unser altes lager und hier ist diese diese ölquelle wo wir auch die leiche gefunden haben ja stimmt also hier waren wir auch schon des öfteren haben die gegend unsicher gemacht und hier oben ist ein schöner punkt das stimmt warte mal einen guten überblick so ja kannst du da hoch so was da ist noch ein wagen kaputt da 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 Ne, ein Feuer, was sie wohl aus einem kaputten Wagen gemacht haben, so wie es aussieht. Naja, okay. Ein Sniper haben wir dabei, oder? Ja, hier. Rolling Block Gewehr. Oh, das sieht ja toll aus. Okay. Da sind die beiden. Aus meinem Fernglas schauen, ernsthaft? Ich wollte halt mit der Waffe schauen, aber gut. Eben. Hallo, Dutch. Es ist ein paar Jahre alt. Ja, klar. Also, wie ist die Familie? Sie noch glauben, in dir? Ein besserer Welt. Ein besserer Welt. Wie ist das? Ein guter. Wie ist das score, du hast von uns? Welcher? Which one? Oh, I like that. Like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, I still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch van der Linde. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Grandios. Grandios. Hello, Sugar. You ain't dead, is you? Not dead, anyway. Hey! No! I don't know. Colum's got a sense. Oh, shit. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella, Colum's right, we can draw them all back. True. Where'd Colum and Patrick head off to? In a time, I think they speak to the law. That has to be crap, it ain't worth the risk. Colum's got a sense about Vanderlyn. Oh, yeah. Once he realizes we got his man here, they'll all come rock. It's a stupid, shoot him! Oh, shit. I got him. I got him. Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Oh, no, huh? Hä? Was passiert hier? Das war ne Falle auf jeden Fall. Oh, naja. Die haben ein riesen Theater abgezogen. Nur weil sie die rechte Hand von Dutch wollten. Arthur Morgan. It's good to see ya. Uh, hello, Colum. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic, it ain't nice. Now, tell me. A fine gun like you, why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colum. No, no. It's Dutch's famous curse. You killed a whole bunch of my boys. Six point gagging. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached true. Let me go, Colum. And end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it. They get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had my life. Oh, I know you would. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue ya. Grab all of ya and hang ya. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of ya. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. I think we have a real problem. There is coming out in this state. We can actually just hope that the crew will help us. That the others come. What, can you do your fessels? Okay. No. Ohie. He, theura is already ready. Oh, I just told you, oxy. Of course. That's why don't get bogana. What, what. Is that now? der will sich nicht die wunde ausbrennen oder ja ich verstehe was soll ich denn machen ok einfach nur länger erhitzen das muss man auch mögen ne ah Leute das tut ja beim Zuschauer schon weh jetzt noch Schießpulver drauf oder was Grundkurs Mediziner Semester 1 in dem Zustand niemals ich habe drei Wurfmesser cool in dem Zustand macht der Arthur doch gar nichts also na gut ok ist hier noch irgendwas was ich brauchen kann bin auf jeden fall völlig im Eimer Wurfmesser drei Wurfmesser wow super kann ich den looten im Moment ne kann ich nicht ok ich habe kein Dead Eye ich habe gar nichts weiß ich bin ok rechts ist ne Waffe äh ich kann den Gott ernsthaft Leute bitte das shit oh oh ok äh ich brauche ich muss da irgendwie rein ich muss da die Waffen hin Gott hier 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 waren doch die Waffen warum konnte ich jetzt nicht an die Waffen hin boah der Typ ey ich hab ich hab ich hab nix ich komm ja auch nicht raus ja super also so'n Scheiß dass du mal dass du die blöden Messer nicht werfen kannst so ein Schmarrn Mann 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 ne was was will ich jetzt mit dem Schatz suche ich will jetzt keine Schatz suche wieso habe ich jetzt sechs Wurfmesser das war schon mal der erste machen wir doch so ok zu weit weg ok ey alter zack ok jetzt Pistole raus oder auch nicht Pferd wo ist mein Pferd bist du mein Pferd geh 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 Du bist, du bist nicht mein Pferd. Ich will mein Pferd haben. Ich brauche mein Pferd. Bist du mein Pferd? Nee, auch nicht. Ja, scheiße, doch. Warum stehen da fünf Pferde aufeinander? Bist du mein Pferd? Nee, auch nicht. Oh, ich krieg einen Föhn. Muss das sein, dass du dich so versteckst. Der kann nix. Der kann nix, echt. Unglaublich. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ah, wo war die Brücke? Nee, die Brücke sagt mir was. Ich hab bloß noch ein scheiß Messer. Ich hab nix zum schießen, ne? Wahnsinn. Das kann ja nicht sein, dass er das überlebt hat, dass er da rauskommt, bei dem, was der Kugeln gefressen hat. Ah ja, okay. Ich weiß, wo wir sind. Alles gut. Ja, ich... Ich sage mal, das war zu leicht, oder? Normalerweise hätte ich gesagt, das war zu leicht. Da hätten wir gar nicht hinkommen dürfen. In dem miserablen Zustand, in dem Arthur war. Der muss ich jetzt erst mal holen. Und keiner hat uns gerettet. Keiner ist zur Hilfe gekommen. Arthur! Arthur! Arthur? Ich habe gesagt, es war ein Setupdots. Mein Junge, mein Junge, was? Er hat mich. Aber ich habe einen Weg. Ja, ja, du hast. Er hat mich. Miss Grimshaw, ich brauche Hilfe. Reverend Swanson! Er hat die Verkaufd gesagt, er hat uns gesagt. Oh, natürlich er hat er. Ich bin sorry, Arthur. Es ist ein bisschen late, für meine Entschuldigung. Swanson! Mr. Morgan, Mr. Morgan, du bist jetzt sicher. Oh, lass ihn zu beden. Du bist jetzt sicher, Arthur. Okay. Ich habe dich. Du bist jetzt sicher. Das ist schön, das ist. Das ist wirklich schön. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Wenige Wochen später. Wow. Wochen. Okay. Okay. Oh, heftiger Bartwuchs. Heftiger Bartwuchs. Die Bande hat eine geschuldene Waffen ersetzt. Was? Ah ja, sind am Sattel. Okay. Weil Mike an der Falle vermutet, bitte der Arthur ein Treffen zwischen Darcher und Colm O'Driscoll aus der Ferne zu beobachten. Ja. Oh, lebe im Lager der Driscoll deine Waffen zurück. Ja, ey. Ich habe es nicht ganz verstanden, wo die waren, ehrlich gesagt. Aber gut. Na ja. Okay. Okay, dann schauen wir doch mal. Hey, Miss Grimshaw. Miss Grimshaw. Ah, you're looking much better. I was worried. Ja, ja, danke. Mhm. So, dann schauen wir doch mal in die Waffentruhe. Okay. Nicht, dass uns jetzt irgendwas Hübsches fehlt. Ah, also Midnightspistole haben wir noch. Double Action Revolver haben wir noch. Gettleman Revolver. Ja. Grangers Revolver. Folakos Revolver. Abgesägte Shotgun. Also Flinte, ne? Die Pump Action, die doppelläufige. Lancaster haben wir noch. Repetierkarabiner. Ja. Swarmint. Bolt Action. Springfield. Burgen. Rolling Block. Selten ist Rolling Block. Alles da. Okay, also wir haben nichts verloren. Alles ist gut. Naja, dann. Äh, Tagebuch war noch, gell? Genau. Hm? Guten Morgen, Arthur. Haben die zwei sich vertragen, oder? Hi, Leute. Hallo. Ah, ja. Sieht so nach dem Waffenstillstand aus, zwischen den beiden, ne? Sie streiten sich zumindest mal nicht. Das hat ja was. So. Was ist jetzt mit meinem Tagebuch? Wieso ging das nicht? Komisch. Shotcut war doch... Jotten, meine ich. Hat er jetzt nicht aufgemacht. Naja. Gut. Was soll's. Also. Wir haben mich noch einmal im interessanten Zusammentreffen mit Colm und Druskel etwas erholt. Dutch hatte sich auf den Kopf gesetzt, sich mit dem Busser zu treffen, um diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden. Erteilte Colm leider nicht Dutchs Vorstellung von Ganoven Ehre. Das Ganze war ein Trick, um mich gefangen zu nehmen und damit der Rest der Bande in eine Falle zu locken. Sie sollten dann verhaftet werden, während Colm sich aus dem Staub macht. So sollen wir seine Schuld bezahlen wahrscheinlich. Ich helfe mir selbst, wenn ich nicht bewegen kann. Naja. Genau. Am Galgenbüßen. Offenbar gefällt Colm diese moderne Welt noch weniger als uns. Mit mehr Glück als Verstand habe ich fliehen und irgendwie hierher zurückkommen können. Mehr Tod als lebendig. Ich bin zusammengebrochen und habe ein paar Tage Fieber im Bett verbracht. Dank der Pflege durch Miss Grimshaw. Also Miss Grimshaw. Und Miss Tillie. Und nach vielen zacknirschen Entschuldigungen von Dutch wegen seiner Dummheit habe ich überlebt und bin wohl wieder auf dem Damm. Die Schulter, in die ich getroffen wurde, hat keinen Wundbrand bekommen. Also werde ich wohl weiterleben. Wenn auch noch hässlicher als vorher. Die Sache mit den Stadtbewohnern wird immer verrückter. Ich glaube, weder die Greys noch die Braithwaids haben auch nur einen müden Cent. Aber ich habe ja nicht viel von dem Landadel, nicht viel mit dem Landadel zu tun gehabt. Was auch immer. Sie sonst zu tun. Sie geben einem nicht das Gefühl, dass adelige vornehme Leute sind. Okay. Haben wir sonst noch was gehört? Irgendwas verpasst? Ah ja, der Mason mit den Wildpferden. Ja, ja, aber das kennen wir ja schon. Ansonsten war da nichts mehr. Okay, gut. Na schön. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht die Schweinezüchter erwähnt. Aber offenbar nicht. So, aber was wir definitiv brauchen, ist eine Rasur. Weil so geht es gar nicht. So geht es gar nicht, meine Damen und Herren. Ne, 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 ne. Viel besser. Aber zum Friseur könnte auch mal wieder gehen, ne? Also die Haare sprießen überhaupt nicht so wie der Bart. Hey, Hosea. Also die Haare sprießen. Hosea ist krank? Echt? Okay. Moment, Gingsing haben wir doch auch schon gefunden. Huch, Entschuldigung. Hentsch mit Scrimshards. Schubf ihn doch nicht weg. Hm, danke. Na dann. Hey, John. Hey, Molly. So, was ist hier so? Da ist John. Guten Morgen, Arthur. John. Oh, endlich wieder auf deinen Faden. Haha. All das Schrapp, die du mir gabst, nach dem Wolf-Attag? Ja. Ich glaube, bis jetzt sogar. Dafür bin ich immer noch hübscher als du, John. Ganz einfach. Hey, Molly. Hey there. Hello. You all right, Molly? Bort? Well, there's plenty of work needs to do. Whatever you say. Langweilig ist sie. Ja, dann tu doch was, Mensch. Hier gibt's genug zu tun. Außer hübsch auszusehen. Naja. Hey, Karen. Hey, Karen. It's the wounded warrior. You're back in business then? I think so. All right. Well, I should be getting on. Okay. Na dann. Ah, der kleine Chick ist auch da. Morning, dear. Morning, Uncle Arthur. Na, was treibst du? You okay? I'm bored. Well, go find some mischief to get up to. Aha. Aha. Na dann, okay. Na schön. Hey, Abigail. How are you feeling? Ah, I'll live. Anyway, I won't disturb you. Okay. Hey, Sadie. Hey, Sadie. So you didn't get Colm O'Driscoll? No. I'm feeling better, by the way. Hm? Okay. Well, let's talk more later. Sure. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, sie will da irgendwelche Details hin, oder sowas, weil sie ja auch sehr gerne schießmütig ist, ne? Also. Aber sie raucht offenbar lieber eine. Naja. Verstehe einer den Frauen. Hey, Pearson. Hast du ein schlechtes Gewissen? Will ich reden? Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Was ist passiert mit dir? Ich weiß nicht. Was? Ich habe mich ein bisschen verrückt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich meine, innochen folk. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist schlecht, Arthur. Das ist echt schlecht. Ich weiß. Ich habe einfach... Ich weiß mich. Ich habe mich verletzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich habe immer verrückt. Ich habe immer verrückt. Nein, du hast es nicht. Vielleicht kann ich mich verletzt. Und vielleicht bist du nur ein Fuss. Nein, es ist immer so. Okay. Ja, er hadert immer noch mit sich irgendwie, ne? Hey, Uncle. Aber ich habe einen Tipp. Das ist genau das, was ich Angst habe. Oh, es ist ein gutes Ding. Ich sage dir. Es ist immer mit dir. Dann enden wir in den Burnenbarn getötet. Du bist ein schade Mann, Arthur Morgan. Ein schade Mann, insofern. Naja, von deinen Ideen habe ich noch genug. Du hör bloß auf. So, Piersen jetzt. Ah, jetzt will ich eine gute Entschuldigung hören. Hä? Was? Das ist ein guter Mann, du hast. Hey, stopp das. Er ist mein. Natürlich ist er dein. Ich versuche dir, du bist der erste, dass du ihn weißt. Es ist das wahrste Geste, ein Kind. Aber du kannst ihn wegwerfen. Ich bin kein Kind von Vater. Ich wünsche dir, der Mann keinen Schaden. Aber du weißt, wie wir leben. Wir leben frei. Wenn du so sagst. Der kleine Jacky, den kannst du nicht hängen lassen, Mensch. Du hast eine Verantwortung. Was soll denn der Scheiß? Kind bedeutet Verantwortung. Ja, Piersen, du Pfleife. Weißt du sonst nichts? So, Dab, von wegen. Tut mir leid. Ja, ein Scheiß hier. Ach, komm, hör auf. Ach. Muss ich nochmal meine Liste abgleichen, weil ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Also, pass auf. Dax. Ja. Panther, ja. Piersen und Waschbär, ja. Da fehlt der Leguan. Da fehlt der Biber. Okay. Hirsch. Viermal. Moment, Hirsch. Wir haben vier Hirsch. Ja, ein Hirsch fehlt. Ja, okay, dann passt die Liste noch. Ich habe befürchtet, dass vielleicht die Fälle, die wir verloren haben... Die Fälle, die wir verloren haben, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf die Taschen hat. Aber nee, es ist gut gegangen. Gott sei Dank. So. Ja. Ne? Was war mit dir denn eigentlich? Gold, Isabel. Was haben wir so weit weg, Arthur? Ich mag es nicht. Es ist so gut ein Ort wie eine Frau, dass sie die Verlust durch die Verlust, Frau Tilly. Du bist nicht so dumm wie das, Arthur. Ich bin ein Negra. Ich weiß. Ich werde dich sicher, Frau Tilly. Meine Mutter war ein Schlauch bis sie 15 Jahre alt, Arthur. Ich werde dich sicher, Frau Tilly. Du hast meine Worte. Tilly, wir passen auf dich auf. Keine Angst. Alles gut. Ja, die macht sich Sorgen, ja. Was heißen diese gelben Balken hier? Heißt das, das ist das, was es aktuell hat aufgrund von Ausrüstung, Sattel und sonstigem? Oder was soll das? Das ist mir nicht so ganz klar. Arthur, oh, Arthur! Oh, Gott. Du hast es. Es ist Cologne. Es ist Licker. Es ist Cologne. Es ist Cologne von Cologne, Deutschland. Oh, ich hatte ein paar Nipps, Arthur. Ich bin nicht trank, ich bin einfach glücklich. Der sauft immer so viel, Mensch. Ei, ei, ei. So, Mary. Jetzt. Okay. Also hier sieht man dann zum Beispiel bei Mary. Sie hat vier auf Geschwindigkeit von maximal sieben. Hat drei auf Beschleunigung von maximal fünf. Ich kann mich erinnern, dass das schon mal mehr war, aber was wahrscheinlich an der Ausrüstung lag. Sie hat ja momentan keinen Sattel und nichts drauf. Also vermutlich steigert die Ausrüstung das Maximum, was möglich ist. Jetzt verstehe ich auch den Kommentar letztens, der geheißen hat. Je länger du das Pferd reitest, desto mehr steigern sich die Stats. Und damit ist nicht die Verbundenheit wohl gemeint, sondern hier diese Stats wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und so weiter. Und wenn bei Mary das Maximum dann drauf ist, was möglich ist, also diese sieben zum Beispiel bei Geschwindigkeit und dann würden nochmal zwei gelbe vom Sattel dazukommen, dann wären wir bei neun von zehn. Habe ich es dann richtig verstanden? Ich hoffe, ja. Aber dann, ja, dann... Du? Was ist da los da oben? Kieran ist doch ein braver Mann. Der macht doch nichts. Hey, Kieran, ich habe Colm getroffen. Ähm, hallo. Kieran, Kieran. Don't worry. I ain't gonna kill you. Ah, well good. Just keep your head down. See you, Arthur. Hm. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass der vielleicht zwei, drei Sätze sagt, speziell zu dieser Begegnung mit Colm O'Driscoll, aber offenbar nicht. Naja. Gut, wir satteln wieder um. So, heißt, die Mary bekommt wieder unseren Sattel, weil dann bleibt Mary unser Hauptpferd und fertig. So. Ja, Mary. Du bist die Nummer eins bei uns. Wir haben einen weiten Weg hinter uns, gell? Genau, das mache ich hier. Diese gelben, ne? Plus zwei. Ja. Das kommt durch die Ausrüstung. Okay. Da, dann. Binden wir dich nochmal kurz an. Denn wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, eignet es sich an dieser Stelle hervorragend für den Schnitt. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, auch wenn es heute jetzt, naja, ein bisschen schräg war, ne, mit dieser O'Driscoll-Geschichte. Aber gut, mein Mann, ist das nicht schräg bei uns, gell? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht hier mit Arthur Morgan und der guten Mary. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.